Ich möchte Euch heute ein kleines Update geben zu meinem Bootcamp mit meinem Sohn. Dazu habe ich mir eine neue Errungenschaft zugelegt was ganz interessant ist, was eine lange Leidenszeit sozusagen ad acta legen soll und ich möchte ein kleines Projekt annoncieren was gar nicht so klein ist und was vor allem ziemlich geil ist. Und ich fange damit an was in der Woche jetzt bisher passiert ist im Bootcamp. Für die Leute die mein Video am Samstag oder Freitag war es glaube ich nicht gesehen haben. Ich und mein Sohn haben uns vorgenommen für 4 Tage, 3 Tage intensiv, aber für eine gewisse Zeit also genau für 3 Tage Montag Dienstag Mittwoch von früh bis abends verschiedene Sachen zu machen. Und zwar zum einen komplett rohköstlich zu leben, eigentlich war es ein veganes Bootcamp, aber da ich irgendwie das Bedürfnis hatte noch einen Gang nach oben zu gehen und mein Sohn auch die Herausforderungen liebt haben wir gesagt ok wir leben rohköstlich. Das heißt von Montag bis Freitag rohköstlich für mich und meinen Sohn. Für mich ist das schon ja ok muss ich mich da schon zurücknehmen, aber mein Sohn ist nicht mal ein Veganer, also der kennt das nicht und für ihn ist es eine besondere Herausforderung aber bisher einwandfrei. Gestern gab es das erste Mal für meinen Sohn Gurkenspaghetti mit diesem Spiralschneider, den ich von Euch schon empfohlen bekommen habe und wirklich eine Soße dazu. Mein Sohn hat gesagt, das schmeckt wie Fleisch. Die Soße war eigentlich total einfach, Tomatensoße, Champignons, Cashewnüsse und Pizzagewürz. Habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Habe ich was vergessen? Auf jeden Fall. Habe ich was vergessen? Nein. Gut. Auf jeden Fall. Ich glaube die Sachen waren es und es hat super geschmeckt. Dazu einfach nur Gurkendurchgelallert in diesen Lurschrumpenschneider und genial, also wirklich super. Und einen Smoothie haben wir getrunken. Ich habe so einen kleinen Smoothiemaker jetzt, so eine kleine Version, da macht mein Sohn sich jetzt immer die Smoothies, auch mit Gemüse, mit Weizengraspulver, geht echt total richtig gut ab. Und ja wir sind dabei und wir sind beide total energiegeladen. Und wir waren im Garten, es hat zwar geregnet, aber wir haben komplett in den halben Garten geästet und geschnitten und dann haben wir Walnüsse, einen wilden Walnussbaum gefunden. Und da haben wir unten ganz viele Walnüsse. Hier haben wir schon die ersten Dings gemacht und da haben wir jetzt das erste Mal wilde Walnussbäume gesammelt. Für viele von Euch wird das wahrscheinlich total normal sein, für uns war das einfach geil. So wild wilde Walnüsse. Wir kennen die nur aus Tüten und haben uns total gefreut und macht echt total Spaß. Aber viele Menschen derzeit, ich merke das in den Kommentaren und ich merke das aber auch auf der Straße, sind zur Zeit so ein bisschen im emotionalen Tief. Entsprechend habe ich mit 6 anderen YouTubern eine Aktion gestartet und ich möchte das heute auch nochmal sagen und zwar diese Herbstfreude. Wir haben an jedem Tag der Woche am Montag schon losgegangen mit Einfach anfangen. Dann am Dienstag gemeinsam vegan und am Mittwoch krauts und am Donnerstag komme ich dann dran. Und entsprechend schaut da auf jeden Fall rein. Morgen werdet ihr das Video bei mir sehen. Auch die anderen Beiträge sind bisher sehr sehr sehenswert und am Freitag kommt die Mojo D, dann kommt noch die Silke Leopold und es kommt noch der Garten Gemüse Kiosk der Saison. Die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht ganz. Auf jeden Fall ist es eine tolle Aktion und jeder versucht so ein bisschen gute Laune zu bringen eben in die Zeit jetzt wo wirklich einige mit ein bisschen depressiv sind. Und das ist ja normal bei dem Wetter verstehe ich total. Ich nicht aber ich sehe es ja halt häufig draußen. Ja ansonsten, ach da wollte ich ja sagen wegen unserem Bootcamp. Wir haben ja nicht nur dass wir rohköstlich ernähren, das wäre ja nur das Erste. Dann haben wir gesagt das reicht uns nicht. Und zwar haben wir uns gesagt 4 Haken gibt es zu gewinnen. Der Erste Haken ist komplett rohköstlich leben. Der Zweite Haken ist, Winzi ich weiß was ist Du brauchst es nicht sagen wir machen es. Also der Zweite Haken ist Krafttraining. Das heißt dass wir jeden Tag einmal so eine Kraftsession machen. Dann eine Ausdauersession, Winzi ich weiß das, du musst es nicht sagen. Einmal eine Ausdauersession und das Letzte ist dass wir unser Arbeitspensum schaffen. Sowohl ich als auch er. Er hat ein Buch was er durcharbeiten muss und das sind 340 Seiten für so ein Kind von 10 Jahren. Das ist echt viel und da muss er lesen 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 und ich muss halt meine Sachen machen. Entsprechend das ist also unsere Challenge für die 3 Tage. Und wenn wir die 3 Tage geschafft haben, dann sind wir total glücklich und stolz und zufrieden mit uns. Und für ihn gibt es auch noch eine kleine Überraschung was ich ihm gekauft habe. Aber das ist nicht unsere Motivation. Das ist nur die Zuckerklasur obendrauf. So und als letztes was ich Euch heute auch unbedingt noch sagen möchte ist. Ich habe mir etwas gekauft und ich muss jetzt den Zettel nehmen. weil ich nicht weiß. Ich kann es nicht auswendig. Und zwar einen Tsukemono. Einen Tsukemono habe ich mir bestellt. Und zwar danke an die Manuela die mir über Facebook dieses Teil überhaupt erst ins Bewusstsein gerufen hat. Und zwar ein Tsukemono. Das ist in Japan wird fast jeden Mal so Pickel und das ist eine Art fermentiertes Gemüse. Allerdings nicht 6 Wochen fermentiert oder sowas sondern eher so eingelegtes Gemüse. Und da gibt es auch welche die werden bis zu 2 Monaten fermentiert und da gibt es auch welche nur eine Stunde oder 24 Stunden. Und da gibt es eben so ein Gerät. Das drückt das einfach unten drunter wie wir das so mit einem Stein machen. Und da gibt es japanische Rezepte dazu von eingelegtem Gemüse. Und da habe ich mir ein Buch gekauft und eben diesen Tsukemono bestellt. Und da hoffe ich dass die Leidenszeit was meine Fermentierung angeht so ein bisschen zu Ende ist. Entsprechend habe ich mir den Tsukemono bestellt. Ich verlege Euch den mal unten falls ihr mal schauen wollt was da ankommt. Und wenn das natürlich klappt dann gehts los mit Fermentierungsrezepten und mit Tsukemono Rezepten. Da gibt es nicht nur Instant Pot Rezepte bei mir sondern auch die erste deutsche Tsukemono Rezept Sektion. Wie auch immer. Mir gehts total gut, meinem Sohn gehts mehr als gut und ich wünsche Euch auch weiterhin eine tolle Woche und viel viel gute Laune und Antidepressivum woher auch immer. Ich kann nur den Green Smoothie empfehlen. Ich habe mir gerade wieder einen reingezogenen großen mit Pentonit und mit tausend Sachen und ich fühle mich einfach total gut. Und ich wünsche Euch alles Gute und wir sehen uns morgen wieder zu dem Herbstfreude Projekt und zu meinem Beitrag zur Herbstfreude und ich wünsche Euch eine schöne Woche. Machts gut Euer Christian. Tschüssi. Tschüssi.